Watt, Blassnase und dann willkommen zurück zu Redfall. Wollen wir einen von beiden jetzt mal wegschauen machen, oder? Blei Tom, komm. Wir haben ja drei Stück schon. Blei Tom, können wir mal machen. Und Kildirs Vater war auch krank. Er brauchte Hilfe. Aber Kildir ging's nur um sich selbst. Es war lästig. Er ließ seinen Vater einfach... einfach sterben. Die denken, sie kommen mit allem durch. Von wegen. Connie weiß, wo er gewohnt hat. Ich bring die Glocke hin. Ich läute die Glocke so laut, dass er sie hört. Schwing deinen Arsch her, Bloody Tom. Komm, stell dich deiner Schuld. Ja. Mit Zeit für den zweiten Boss. Ich hoffe, der schiebt da oben, ne? Da hat schon wieder vorgeobacht, der Fabi. Das ist kein gutes Zeichen. Das bliegt doch da. Wie kann man seinen eigenen Vater so behandeln? Da ist ein Bug. So, wieder da. Ja, ich hab gerade Bug festgestellt. Guck mal nach oben. Richtung dem Dude. Der hat ein Krankenbett. Ach. Ja, aber weißt du was? Es ist dieselbe Nebenquest, die wir schon gemacht haben. Das Buch liegt auch noch da, alles gut. Ich kann sie auch nicht annehmen. Aber es ist vom Namen her dieselbe Nebenquest. Also es... Ja, der Bugs wird länger, sagen wir es mal so. Bugfall. Leider. Weißt du, was du hast. Ich hab sie ja noch keinen Bug gefunden. Weißt du, wenn ich so traurig finde, ist halt, so Spiele könnten so... Also grad bei Spielen, wo halt viel Potenzial gehabt hätten. Weißt du, da bin ich schon immer traurig. Ja. Wenn die nicht so gut sind. Weil, wenn ich jetzt eh nichts erwartet hätte, so... Wäre es egal gewesen. Bevor er ein Blutsauger wurde. Wir müssen nur den richtigen Ort finden, um zu läuten. Ah, schon. Keine Ablenkung. Das ist doch eigentlich der Endboss, oder? Nee, beide sind Endbosse. Endbosse kommt noch. Das sieht... Weißt du, Blackhose an. Das ist der Endboss. Spiels. Und schon kam? Genau. Nach der ersten Spiel... Also, deswegen haben die das ja auch als Trailer-Ding. Und ich hab's auch als Endscreen-Moke benutzt. Das ist besser. Oh, das ist die Blackhose. Eine. Mann, halt dein Maul, Layla. Du bist so eine... Hey! Layla ist doch die sympathischste hier. Charaktere sind, finde ich, eine der positiven Sachen, wenn die Dialoge sich die anderen hier oben suchen. Ich kann hier nicht alles mit euch bereden, aber ich wollte euch so schnell wie möglich treffen. Du wirkst aufgeregt. Gibt es einen Grund? Ich kenne dich in alles. Hast du was gefunden? Was Neues? Nachdem ich was kam? Transzendenz. Wovon zur Hölle? Parabiotische Verjüngung. Ich wusste es. Ich wusste es. Was hast du? Gateway, sagtest du? Darüber wolltest du mit uns reden? Deine neueste, wirre Idee? Wenn Elias eine Tür öffnet, gehst du durch. Ich erklär's euch im neuen Büro. Es gibt da zwei besondere Zwillinge, die ihr kennenlernen müsst. Mit eurem Fachwissen kann Aiden ihr was Abzugewöhnliches erreichen. Ich frage mich, was das Gateway ist. Eine Maschine vielleicht? Was schaffen wir von Monstern? Ähm. Wow. Oh. 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 Das war nur der Ausgang. Das kann man ja auch irgendwo mal markieren. So, um hier geht's. Zurück zum Open World. Nee. Gar nicht. Einfach. Einfach. Stehst du wieder da. Und die Tür ist vor allem nur on one side. Was geilste daran. Vielleicht da rein. Okay. Ah, hier unten. Haben schon die Post. Nee, wir sind okay. Er ist deinem Ruf gefolgt. Ja, ja. Du hast sein Werk bestellt. Da ruhig, Beck. Ja, hallo. Komm doch mal her. Ja. Ja. Das ist wirklich, dass es immer so was war. Das war's mir irgendwie erwähnt. Das war's mir irgendwie erwähnt. Das war's mir irgendwie erwähnt. Ich seh' nur Frame-Einbrüche. Hä? Da war dir jemand. Was ist da bei dir, der Tom? Ja, da. Der Tom. Fall raus. Nee, da ist... Bei mir ist er nichts. Hahaha. Ist er dein Schwerst? Ach, jetzt ist er da. Und drifft dich, weil wir halt wegstehen. Das war ein Tool hier, ey. Richtig gut, der Boss. Unbedeutend. Unwichtig. Ein Niemand. Wechselt die Spannung. Den ersten hab ich mir auch auf, äh, schwierige Gag gestellt, aber der war auch nie vom Tosse besser. Der war aber jetzt auch, alter. Jetzt auch einfach. Boah, was ne Beleidigung, ey, wie so ein Schmutz. Oh, weil der hier Scheiß hingeworfen hat. Alles klar. Was ich das nicht sagen soll. Da kann sie doch nix doodschern an der Attacke. So wie jetzt habt ihr doch da hinlaufen müssen. Mhm. Keine Munition. Ach, aber das Problem ist, dass die Munition... mit der... wenn der Respawn nicht aufgefüllt ist. Weißt du, wäre das wirklich so kompensiert gewesen, einfach so ein Munitionsauffüllbehälter da hinzuklatschen. Ja, hier, ich bissen was. Aber nicht stummgewerke, ey. Nee, wär's nicht. So, klar, ich mach mal eine Ulti, mal gucken, ob die irgendwo was bringt. Hm. Mach das. Ja. Und du bist der Name, was ich bin, ist das Letzte sein, was du siehst. Schon dabei. Schon angesichts. Angesichts. Ich werde in dem Schärmmusee. Oh, la was ist das gut? Du bist ein Schleimvorgang! Wo bist du denn da? Tja, schon besser. Du wirst nie was Besseres sein! Der rote Nebel nervt mich am meisten von allem. Ja, vor allem weil du jetzt erst recht keine Munition mehr einsammeln kannst. Das ist mein Plan! Das ist mein Wille! Boah, du bist so cool mit deinem Scheißschwer! Schwerer aus der Hand, du! Wow, mir schießt der Kopf. Ich leck die volle falsche Richtung ab! Was für ein kryptischer Kacker! Was für ein kryptischer FP er sonst soll! Das sind von mir nicht so gut! Das ist ein Ding, wo ich mich nicht habe! Lass gehen! Da pissen wir uns von hier! Naja, fand ich den ersten Post schon cooler! Lass mal hier schnell zum Unterschied, Fabi! Weil hier müssen wir den optieren! Vakzin? Nein! Ein Vampir! Aber du! Buggellogen! Musst dich doch auf Trab halten! Oh, du! Kannung! Ein Vampir ist nüge Wohler! Ist echt gerade stoff gekommen, ey. Gucken wir ja nicht mehr raus aus dem Lachen, ey! Na komm, also die Beziehung, die Atmosphäre, also die Dings zwischen den Charakteren ist schon ganz gut. Das ist ja positiv und so. Die Chemie zwischen den Charakteren ist schon gut. Die Charaktere selber finde ich auch ganz okay, die Hauptcharaktere. Aber weißt du, wenn sie halt überwiegend immer dasselbe sagen, dann können sie sowas halt auch nicht mehr ernst nehmen. Das ist es halt. Das ist oft dieselbe Dialoge, ja. Das ist das Problem. Da hätten sie mehr aufnehmen müssen einfach. Das hat aber nicht gelangt. Wieso ist es ja immer noch markiert? Ich weiß. Ja, weil das jetzt nebendran ist. Achso, meist Gold. Ja, gute Frage. Ja, das ist das Versteck von Tom. Ja. Na, egal. Das ist ja Anzeige-Bucks und so, das ist ja das häufigste hier. Das Ding ist, dass es halt bei so Spielen ist es wieder so ein bisschen immer, also grad bei Shootern fällt es halt immer auf. Ja, ballern kannst du halt immer. Auch wenn du spielst nicht ganz so perfekt bist, du kannst dich da, aber du kannst wenigstens ballern so, weißt du? Ja. Deswegen ist es bei Shootern immer bei mir ein bisschen so, ey, ja, du spielst halt trotzdem noch du dich. Auf 70% überzeugt. Weil, schießen geht halt immer so. Ich bin einfach. Ja. Ich bin einfach... Ja. Ich bin einfach mit vorne. Nein! Oh, Geht! Nein! 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 Haha, jetzt sind gerade der Fahrweg in den Pitz gelaufen, die Anki, ja! Bin ich eigentlich der Einzige, der diese Vampir-Schläge nicht ausweichen kann? Was aber unmöglich ist. Vielleicht muss ich gleich einfach überlegen, wenn ich den Markt habe. Ja, die Kerna ist gut. Ich hab' das befallen. Nein! Ach, ja! Jetzt bin ich nicht alles egal. Oh, oh! Ich war eigentlich stur schon. Ich war schon voll. Mein Problem. Hab' das Spiel auch ignoriert. In dem Moment hab ich den Schlag bekommen hab. Ich werd' die Scheiße noch mal annehmen, oder? Abstand halten! Vertraut mir! Aber du musst kein Geld mehr. Verkauf halt ein paar Waffen. Hast du gerade kurz gesagt, Fabi? Verkauf halt ein paar Waffen. Ja, das reicht. Oder anderen Kram, so Relikte oder so'n Scheiß. Stimmt, ich hab' ja so viel und ich hätte das jetzt eh so zu Ende des Spiels nicht mehr, also... Hast du schon noch echt... schon ehemalchen mehr gemacht. Ich hab' halt einfach schon das Beste überhaupt, weißt du? Ist auch in dem Zeitpunkt, wo du einfach gar nichts mehr Neues bekommst, was cool ist. Irgendwann ist der Gap einfach weg gewesen. Dieser Level Gap. Also ich hab' das Loot Shooter... Den Loot Shooter-Part haben sie perfekt hinbekommen, find' ich. Leider. ... ... Und ich hab' diese... ... ich hab' diese... ... ich hab' diese... ... so... Schau zum Unterschlupf schnell. Der cancelt mich jetzt. Oh ne, er hat dich gecancelt. Nein, ich konnte dich canceln. Das konnte ich nicht canceln. Sei still, Bill. Ich hatte mich so auf das Fest gefreut. Wird dieses Jahr wohl nichts damit. So. Mr. Crooked. Was ist der Dude hier? Was, Mr. Krabs? Mr. Krabs, genau. Der großen Krabbe. Das ist jetzt der Endpostfight. Die große Krabbe. Pizza, ist die Pizza. Verzöne mich. Ich bekomme übrigens gerade Werbung in einem Stream, den ich gerade nebenbei offen habe. Von dieser Kamera, die du dir holst. Ja. Die soll auch als Stream-Kamera saugut sein. Was kostet die nochmal? 500 Euro. Hä? 400. Ja, äh. Nee. Ja, ist eine Anschaffung so. Deswegen. Ich schaffe das ja an, weil ich weiß, dass ich ja noch öfter in der Welt braun werde. Auch wieder zu cool wie wiederverwendet. Naja. Die ist ja hauptsächlich. Damit ich endlich das gescheit haben. Nicht so wie die billige, die die Sitz die halt hatte. Ich meine, die ist abgenippelt. Die war voll warm. Also, so. Das passiert ja mit Canon halt aber nicht. Ja, klar. Du hast ja mit sowas dann Lähn nutzen. Also, ich hätte es ja echt nur für das Stream dann bekommen. Und dafür wieder 3 Euro ist halt, ja. Naja. Ne, jetzt hatten wir ja auch eine größere Anschaffung dann. Mal wieder. So, jetzt fehlt uns, glaube ich, nur noch ein Schäle, um die Miss Whisper zu machen. Das ist der oben rechts, weil da fehlt uns noch, äh. Ah ne, wir haben auch den Boss bei Heaven Slot noch nicht. Stimmt. Mach doch den also. Das heißt, es fehlen jetzt eigentlich noch die zwei Schäle. Dann hätten wir auch genug, um Miss Whisper zu machen. Dann haben wir es zumindestens durch bis zum... Da kommen nur noch die Black Oles an, glaube ich. Ja, ist okay. Mann, halt doch bitte dein Maul. Warum haben wir den eigentlich gerettet? Seitdem wir den gerettet haben, tut er die Scheiße broadcast. Hätten wir ihn nicht gerettet, würde er das nicht die ganze Zeit sagen. Ich würde sagen, wir fangen die Spiel nochmal von vorne an. Nie wieder. Und, ähm... Machen die mich schon anders. Weil das ist nämlich so ein Spiel, das würde ich nicht replayen. Wie jetzt? Gibt's eh andere Titel. Also einmal durchspielen und dann ist gut, weil es halt Medi-Core ist. Das wäre ja tatsächlich so ein Spiel, das würde ich sogar nicht negativ bewerten auf Steam. Das wäre so ein mittlerer Daumenkandidat. Aber der Tendenz ist ja unten. So, weil ich mich aber jetzt für zwei Sachen entscheiden muss, wird's wahrscheinlich im Endeffekt doch leider negative Daumen. Aber Steve wird, glaube ich, nie die mittlere Option einführen. Oder hier, guck mal, das Wertungssystem in den Bach und der geht, weißt du? Dieses ausgeglichene, positive und so ein Stuff. Wenn das ja alles vorbei ist, leider. Ach, der geht mit mir. Da habe ich halt nichts mehr unten. Wicked Mindy. Oh, sie macht Lesben. Eigentlich schon. Aua. Gedroht. Vergessen. Bin ich jetzt sehr sympathisch von ihr, dass sie, was man möchte, aber Konsens ist wichtig, liebe Zuschauer. Ich habe die Mist gut gespielt. Ich ziehe ich auf Link. So, noch ein Schädel. Du hast ein Schädel, komplett. Aber ich sammle sie die ganze Zeit nicht ein. Naja. Dann suchen wir jetzt mal da noch das andere. Haus. There is a house. In Chon. Come in Chon. They call the rising sun. There is no ruin. Oh, many of the poor will avoid. Ein sehr gutes Cover von How to the Rising Sun. Allgemein ist es eben sehr cool. Geil welcher Version. Oh Gott, unbenachtet. Hey, hey, my, my. Wir haben einen Quest, kommin. Ich dachte wir haben alle. Ja. Nicht alle normalen. Vielleicht ist es aber die letzten. Oh. Gibt es zum Independence her? Na komm, wir haben jetzt zum Independence her. Vielleicht sind wir auf dem Weg da. Das Haus. Es gibt nicht viele Häuser auf dem Teileck Map. Hier sind die Schlupfs dran. Das ist die Frage. Was hätte ich hier im Haus sollen? Wir sehen im Haus, also an einem Haus. In einem Haus, in einem Haus, in einem Haus herum. Ah, da hinten die komische Scheune zum Beispiel, ne? Option. Ne, ist ein Obstgarten. Ne, ist ein Obstgarten. Eine dieser Gedenktafeln. Da. Das schaffst du nicht. Oh, da hinten die Draht Blockchain in der Ketten. Oh, öhm, ob der bin. Oh, go些. Dann dreht doch, ob er unten logisch hat. Nein! Ja! Jit! Achso, wir sind weit. Nach dem Material, der Black Sun. Wir haben immer noch keine Evakuierungsbestätigung. Wir werden heute zur Landetzung am White Sides Trailer Park zur Fall. Wir haben das Material. Achso, weil der Typ labert, hat sich die Quest aktualisiert. Hä? Ah! Achso. 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 Oh Gott, geht's wieder ab, ey. Achso. 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 Tötet die Aspekte in der Finsternes, mit seinem Namen... Ja, wenn die Arbeit immer reinläuft. Also. Was wolltest du? Fickt euch. Fickt das hier. Fickt alles. Amen dazu. Fickt alles. Vielleicht hier irgendwo. Maybe. Blackhose am Material. Cloud. Ja, na, stopp davor, dann denke ich mir, oder? Ich nehme jetzt an, er da bei dem, genau, bei dem Müller-Lahn. Aber da war ich ja in der Nähe, der hätte da eigentlich stoppt. Das ist meine Meinung. Alter! Was machst du denn? Ja, in die Richtung laufen halt. Ja, aber irgendwas musst du ja machen, um zu sterben. Ja, runtergefallen. Das ist die Wahrheit. Ei, ei, ei. Und da nichts zu heilen die ganze Zeit, weil ich keinen Minikip mehr finde. Aber es ist schön, dass du das in den Unterschlüpfen auffüllen kannst, ne? Ja, aber wir waren vor zehn Jahren im Unterschlupf, seitdem habe ich mich geheilt. Fünfmal. Dann habe ich ja keins mehr. Weil so Vapier dich halt immer über die Hälfte kostet und du dich totschen kannst, also kriegst du garantiert immer einen Hit von denen. Bedeutet, dass du dich nicht mehr heilen darfst. Erster Stopp. Geschirr, Monster, Kultisten. Praktisch. Da bist du neidisch, was? Nein. Nein. Den Jalko werde ich auch synchronisieren können, so ein lustloser. Oh Mann, hier ist nix. Wo ist dieser blöde Unterschlupf? Ich guck jetzt nach. Das ist gut so. Der erste ist hier, Founders Null. Founders Edition. Guck mal, das ist der erste. Founders Null, Safe House. Redfall. Das war der meiste gegoogelt wurde. Ich weiß gar nicht, woran das liegt. Ja, interessiert mich nicht. Founders Null, wo ist es? Rollen. Da. In der Mitte. Ich glaube, keiner mitrechnet. Hier irgendwo in der Pampa. Wie du schon sagtest, immer an einem Haus. Hey. Das war 90%. Das schließt echt an einem Haus. Sonst zieht ihr den Bahngleiden. Gibt es hier Bahngleide? Ne, Straße halt. Keine Bahngleide. Ich weiß nicht, ob es jetzt oben oder unten ist. Das kann ich jetzt nicht sagen. Ich habe eine Map-Marke. Ah, wird schon irgendwann angezeigt, nachdem man hier die Low-FPS-Berge hochgelettet ist. Die Low-FPS-Berge. Wahrscheinlich nicht unter uns. Das ist in dem Tunnel. Muss man aufteilen. Na, mach halt. Danke, Layla. Du bist die Beste. Schau, es war neu. Ah, da ist er. Ich hatte recht. Da drüben. Alter. Ich hatte keine andere Möglichkeit, okay? Ich müsste da irgendwie weiter. Ich bin durchgelaufen. Ich habe gehofft, dass es nicht gleich explodiert. Also ist das hoch. Ja, deswegen. Lass es halt. Lass mich ausbluten. Ich bin halt. Ich wollte nämlich gerade sagen, ich springe auch immer mit 30 Meter nach unten. Aber ich habe halt den Aufzug genutzt. Der war da unten. Aber jetzt bin ich hier an der Scheiße gestorben. Ja, ich glaube, er hätte den kranken Wagen springen sollen. Ich weiß nicht, aber war nicht so gut dafür. Warum spawne ich denn hier, Alter? Du solltest Angst haben. Du verletzst mich. Kennt sie in die Blut drauf? Ich bin weg. Ich bin weg. Ich bin weg. Wenn die mal aufhören könnten, da so rum zu hüpfen, wie so ADHS. Mein Blutsack. Ich werde dieses Spiel mit höchster Freude dänster leben, wenn es fertig ist. Ich habe diese Scheiß-Balle ausgelöst, ich gerade. Warte mal, dass wir da zusammen reinmachen. Ja, das ist schwer. Scheiß, sie von da, Alter. Ich habe keinen Bock mehr. Ich bin so anbeißen. Ich bin so. Ja, hallo. Warum schlagte mich jetzt noch weiter zu nahen? Das sind viele Vampire, ey. Ja, okay. Das ist da mit der Sammlung drin. Gute Idee. Deswegen, ich habe gerade die zweite Falle gedodged. Nur damit der Vampir mir die auslöst. Hä, warum muss ich jetzt hier respawnen? Ich bin näher dran. Ich ziehe gleich mal in der Umtüren, wenn ich... ...dann kann ich sie bitte ablenken. Nein, das letzte Fede des Spiels. Können wir schon durch sein. Nee, weil du brauchst ja die Unterschlüpfe überhaupt, die Bosse machen zu können. Die sind nicht so optional. Du brauchst ja dieses blöden... ...Schädel. Das würde ich ja brauchen. So, hier. Wir sollten Unterschlupf da drüben. So. Der ist aber ein bisschen fischlaufen, ey. Flieg los, du Federvieh. Scheiße, ja! Was ist das hier? Kann ich machen. Unterschlupf. Du hast dich mit dem falschen Brot. Kannst du mich zu klein? Wir kriegen kein Bein auf die Erde. Das ist klar. Absolut. Lass uns rein! Ob da gibt es ein Blaulicht an, den Papier durchsetzt einfach nicht. Kann da mal weiter angreifen. Aber genau das ist das, was ich eigentlich konnten soll. Oh, Gott sei Dank. Äh, endlich. Äh, endlich. Warum spawne ich denn hier unten? Weiße. Nicht mal Spawns können so Geschichten setzen auf der Map. Das kostet zu viel Geld. Das ist ein fucking 2-play-Studio. Da kostet nicht zu viel Geld. Auch alle haben sie Schilder. Guck dir dieses dumme Spiel an. Naja, was ist denn? Was ist denn der scheiß Baum? Ja, es juckt diese Bastarde nicht mal, dass ich so ein UV-Fuck-Dings hab. UV-Fuck-Dings. Das ist dir nicht gefallen. Oh, der macht irgendwie ein Scheißchen. Immer das Maul. Ich werde hier nicht sterben. Ich. Wo ist denn das zweit? Bitte. Ich hab das dritte gefunden, aber das zweit nicht. Auf wieder ist Geld, wenn ich schon wie Spawner sind wir hier. Wenn du das bezahlen musst, dass sich das mysteriöse Wesen, was uns hier ist, wie Spawn, Geld für seine Dienste. Sind wir eigentlich Roguelike oder so? Da müssen wir Geld nicht bezahlen. Was sind wir? So, ja, okay. Wir können nicht angreifen, weil die Schild haben. Das Schild haben wir vom Baum. Doch, wir können sie angreifen. Die verdienen nach einer Zeit. Das Schild kam. Nein. Das Schild haben wir vom Baum. Das Schild haben wir vom Baum. Das Schild haben wir vom Baum. Das Schild hat mir jetzt nicht angreifen. Wir können das Schilden sein. Das Schild hat mir gesagt. Das Schilden hat mir gedacht. Willst du euch, ihr Scheiß-Zweiler-Vampire? Danke. Ich bin da noch mal her, du Brut. Hey. Ben. Nice. Der letzte Runderschlupf war eigentlich gewesen. Ja, ja. Wir müssen jetzt noch den Boss besiegen. Oh, ein Glück. Cool Leute. Machen wir mal nächste Folge weiter wahrscheinlich. Eventuell sogar die letzte. Gucken wir mal. Auf Wiedersehen. 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 Auf Wiedersehen.